Guten Tag, die Firma Balkonanbau begrüßt Sie. Heute geht es um das Objekt Grabenstraße 69 bis 73 in Essen. Der Bauherr wünschte sich eine Lösung für 20 Balkone. Gerade im frühen Stadium der Planung ist eine intensive Betreuung sehr wichtig, um eine optimale Lage, Größe und Anzahl der Balkone zu erarbeiten. Hier darf es keine Fehler geben, das wird häufig unterschätzt. Der Bauherr bekam unser rundum sorglos Paket. Das bedeutet Erstellung des Bauantrages, Abklärung bei der Behörde, Durchbruch der Fenster, Einbau der Türen durch Firma Balkonanbau, Erstellung der Fundamente durch Firma Balkonanbau bis hin zur Beratung der bauseitigen Dachdecker und Heizungsbauer. Die Montage der Balkone erfolgt meistens mit einem Autokran und unserem erfahrenen Montageteam. Jahrelange Erfahrung in diesem Bereich garantieren einen reibungslosen und schnellen Ablauf. Unser Ziel ist es, eine größtmögliche Zufriedenheit wie bei diesem Kunden zu erreichen. So werden wir weiterempfohlen. Ob Einzelbalkon oder Balkonanlage, wir beraten Sie gerne. Testen Sie unsere Leistungsbereitschaft und fordern Sie eine kostenlose Preisliste an.